Musik Unser Glaubensleben zu zweit leben. Immer wieder über uns reden. Die Familie ist die Chance für einen Perspektivenwechsel. Diese Kraft wollen wir auch für die Kirche und für die Gesellschaft nutzen. Musik Vater Kentenich ist für mich der Mensch, der mir gezeigt hat, wie ich gemeinsam mit meinem Jehmann im Glauben wachsen kann. Mit der Zeit ist er unser veterlicher Freund geworden. Musik 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 Musik